Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen Sonntagabend. Die Temperaturen sind leicht wieder erträglich. Jetzt muss die Wärme nur noch aus den Wänden meiner Dachwohnung rausgehen und ich bin happy. Kein Zugriff auf Nahrung. Was ist denn hier schon wieder los? Ich denke mal, bist du, ne? Nahrung. So, jetzt hättest du doch eigentlich, da steht doch überall. Jetzt hat sie wenigstens Gottesdienst, das ist ja schön. Und jetzt latscht sie wieder zurück und was macht sie denn jetzt? Hä? Bergarbeiter? Sie lebt hier. Vielleicht ist ja die Frau vom Fischer. Jetzt ist natürlich die Frage, warum hat sie jetzt da nichts gekauft? Kann mir das mal erklären. Ist doch genug da. Brot ist da, Mais ist da, Kleidung, Honig. Beeren sind keine da. Warum auch immer. Haben wir hier keine Beeren eingelagert? Kann es sein? Kann sein. Gut, dann würde ich doch vorschlagen, wechseln wir hier mal auf Beeren. Ach nee, das haben wir ja geleert. Stimmt ja. Das haben wir ja alles da reingepackt, ne? Jetzt fehlt mir hier natürlich. Ja, super. Ach, die ist doch schön, oder? Warte mal, wir machen jetzt auf jeden Fall mal hier die... Warte mal, machen wir anders. Also mal wieder zurechtfinden hier. So, nein, dich will ich nicht. So, hier, komm. Zack, zack. Wir machen einen neuen Markt. Lagerdings. Getreidespeicher. Weil hier geht es ja eigentlich im Prinzip nur um die Beeren. Stellen wir ihn jetzt mal hier so hin. Bauen. Dann sagen wir hier mal Beeren. So, und wer arbeitet hier? Minimobri. Den schmeißen wir raus. Den schmeißen wir raus. Und den setzen wir hier dafür ein. So. Der kümmert sich ausschließlich um die Beeren. Wie schaut es hier drin aus? Ja, zwei Träger sind zugewiesen. Müsste eigentlich fluppen. Da müsste es auch wieder Beeren geben, weil ich schätze mal, sie spekuliert auf leckere Beeren. Ja. Ja, 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 ja. Tja, ja. Wer bist du? Ui, Ua. Hallo. So, Nahrungmangel. Aber die will doch gar keinen. Hä, die will doch gar keinen. Ach, die ist das. Jetzt hat. Nahrungmangel, Unterhaltung. So, wo wohnst du? Hier. Es gibt hier auch überhaupt keine Unterhaltung hinten drin, ne? Überhaupt nicht. Und du arbeitest hier. Gibt es auch null Unterhaltung. Also, naja. Okay. Reden wir nicht drüber. Wir schauen uns das Kloster an, weil ich habe jetzt auch noch die Meldung bekommen, dass, ähm, ja, Klosteressen ein bisschen weniger zur Verfügung steht. Deswegen würde ich fast vorschlagen, ähm, tack, tack, hallo. Speichert später. Mein Gott. So, dass wir hier gleich nochmal einen Ansatz machen von wegen Essen. essen zu weisbar müsste funktionieren warum knitscht es so rum? keiner weiß es, dann machen wir es halt so. dann machen wir es doch ganz einfach so. da kommt noch eine tür dran. dann machen wir es halt so. so, einmal so und dann muss das ja alles natürlich... wo ist denn jetzt so? hier ist schon wieder ein weg blockiert. hier. warum? warum ist hier ein weg blockiert? manchmal ist das alles gar nicht so einfach. die kommen alle nicht in die abtei hinein. jetzt hoffe ich mal, dass die hinten die tür fertig machen. dann müsste es eigentlich klappen. rechts kommen auch noch mal türen hin. da müsste sich eigentlich ein wohlgefallen auflösen. hoffe ich mal. einfach mal hoffen. die hoffnung, ihr wisst, stirbt immer zuletzt. so, dann bauen wir uns das hier noch in außerhalb des territoriums, war mir klar. ne, es ist doch wieder... so, zugekauft. okay, nix. so, also noch mal. dann bauen wir das ganze hier so dran. zack. klack. so, das kann bauen. da können sie dann bauen. das müsste ja dann klappen, ne? müsste eigentlich klappen. so vom prinzip her gesehen. man weiß es nicht, ne? man weiß es nicht. so, und dann würde ich sagen, wir haben ja gesagt, wir brauchen noch ein bisschen kräuter. deswegen würde ich das jetzt hier mal ganz geschmeidig mega verschieben. bisschen so drehen. so, dass die da noch einen weg zum laufen haben. das passt. so. zack. und hier brauche ich noch einmal die kräuter des glücks. die kräuter des glücks. kräuter des glückes. das kann nicht sein. warum? 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 wo ist denn jetzt der eingang? wo sie den hinbauen, ne? Dann bauen wir den halt so da hin. So. Schaut ein bisschen blöd aus, ne? Das schaut ein bisschen blöd aus. Hm. Ja, ich weiß, dass ihr da nicht reinkommt. Mensch. Aber wir haben ja gesagt, wir löten das Ding hier weg. Wir löten das Ding weg. Ja. Hilft nix. Die haben sonst keinen Zugriff hier. Okay. Ja, bevor wir jetzt das andere machen, machen wir das mal. Halt, da war es doch schon. Halt, 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 halt. Hier. Hier, wir schmeißen den dann raus. Das passt dann schon. Der bietet Gottesdienst an. Das müssen wir halt anders lösen. Dann würde ich sagen, komm. Wir hauen das hier weg. So. Bauen hier noch eine Tür mit hin. Dann kann es ruhig eine schöne Tür sein. Wir können noch zwei Türen hinsetzen. So. Bauen. Ja. Könnte ein bisschen kompliziert werden jetzt. Aber gut. Werden wir hinbekommen. Zufriedenheit 68. Was ist denn los? Spiel. Wasser ist schon wieder im Mangel. Nahrung. Ich glaube, wir kommen so langsam an unsere Grenzen hier. Wir kommen hier echt an unsere Grenzen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. 59. Jetzt aber du. Was ist jetzt hier schon? Irgendwas stimmt doch nicht. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Ich bin gerade echt ratlos. Ich bin komplett ratlos. Ich habe irgendwie so den Eindruck, das Spiel fängt gerade momentan richtig durch Spinnen an. Das ist echt. Schon ein bisschen zum Verzweifeln. 55, 54. Also so mies waren wir noch nie. Wasser. Ich habe fast den Eindruck, dass die nicht mehr, dass die Brunnen nicht mehr richtig checken. Weil über Wassermangel an sich können wir uns eigentlich im Prinzip nicht beklagen. Da, schauen wir uns an. Die stehen wie die Ochsen vorm Brunnen. Können wir die ganze... Ja, ich habe ja hier schon einen Brunnen hingesetzt. Die nutzen sie aber nicht. Ich würde fast sagen, wir werden diesen Brunnen abreißen. So. Und dann schauen wir, was passiert. Schau mal her. Die stehen wie die Ochsen vorm Berg. Stehen die vor dem Brunnen. Und dann kommt die Meldung von wegen Wegblockiert. Entschuldigung. Es dauert ewig, bis die da wieder weggehen. Irgendwas stimmt ja nicht. Irgendwas stimmt da so gar nicht. 38, 37. Das geht immer weiter runter. What? Hilfe. Hilfe. Das fühlt sich irgendwie an, als wenn die ganze komplette KI verblödelt ist. Wir rasen komplett hier runter. Das ist der Hammer. Und ich habe keinen Plan, warum. Ich habe keine Ahnung, warum. Warum? 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 Ich meine, okay, wenn jetzt die Schwierigkeiten beim Kloster, schaue ich es an. Die stehen wie die Dioden vorm Brunnen. Ich bin da jetzt ein bisschen überfragt, ne? Ich bin da jetzt ein bisschen überfragt, ne? Wegblockiert. Warum ist hier ein Weg blockiert? Ich denke immer wegen dem Turm. Ich tippe mal auf den Turm. Wir reißen mal den Turm ab. 29%. Aber das ist, äh. Warte mal, wir haben noch da, da. Ne. 27%. Hier. Was macht der? Schlafräume. Löschen. Kein Zugriff am Klosterviertel. Du musst doch da bloß wegkommen. Genas. Mir schmarrnt Böses. Mir schmarrnt Böses. Kein Zugriff auf Unterhaltung. Krass. Vollkommen krass. Ich habe keinen Plan. Wisst ihr, warte, ich lade mal einen alten Spielstand. Ja. 17%. Unzureichende Behausung. Die drehen komplett alle jetzt durch. Und keiner weiß warum. Wegblockiert. 16%. Okay. Ich mache jetzt mal hier Pause. Und dann, äh, lade ich mal einen uralten Spielstand. Und schau mal, äh. Ob ich da noch irgendwas retten kann. Ist gleich. Ich bin am Boden zerstört. So, da bin ich wieder. Okay, wir haben jetzt mal einen alten Spielstand geladen. Da hatten wir, glaube ich, ähm, gerade mal das hier fertiggestellt. Ähm, da dürfte auch noch kein, ja, ist auch noch kein, kein, äh, na, sag mal's. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Äh, äh, okay. Was war hier? Hier hat man noch gar nichts gemacht, ne? Jetzt schau ich mir mal das Treiben hier am Brunnen an. Warte mal, machen wir mal hier auf eins. So, ganz normal. Die gehen, die gehen zum Brunnen, die trinken, die gehen. Oder? Stehen, gehen. Stehen, gehen. Okay, ab hier passt's noch. Und dann hab ich irgendwas gemacht, was dem Spiel so gar nicht gefallen hat. Na, da ist nur noch nicht was, ne? Das ist sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam. Ne, das passt. Gehen hin, trinken und gehen wieder. Okay. Was hat Ihnen da jetzt nicht gepasst? Ich bin da jetzt echt überfragt, ne? Da fehlt ja der ganze Garten. Wartet mal ganz kurz, ich nehme mal einen anderen Spielstand. So, da bin ich wieder. Mit einem anderen Spielstand. Und, ähm, da hatten wir den Gemüsegarten schon angelegt. Wir hatten aber diesen Umbau hier hinten noch nicht gestartet. So, jetzt gucken wir mal. Ja. Funktioniert. Trinken, gehen. Gut, da scheinen die Brunnen noch zu funktionieren. Gut, ich weiß nicht, woran es liegt oder woran es lag, aber die Probleme fingen eigentlich im Prinzip an mit dem Anbau hier hinten. Da habe ich so den Eindruck, das haben die so gar nicht gemocht. Und, äh, das fanden die nicht so toll. Deswegen müssen wir uns, glaube ich, jetzt was anderes überlegen, wie wir diese Anbauten hinkriegen. Ähm, keiner weiß wie. Ich hätte aber fast gesagt, wir kaufen hier das Territorium. Also, ich mache jetzt mal mit diesem Spielstand jetzt einfach mal weiter. Naja, fehlt zwar ein bisschen was, äh, aber gut, lieber so als anders, ne. Ja, so, und dann würde ich sagen, machen wir hier mal mit der Aladin-Mod erstmal die Bäume weg. So. Und zwar hier. Äh, das muss ich ein bisschen umplanen. Da müssen wir jetzt ein bisschen umplanen. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Wir machen hier quasi noch ein kleines Klosterviertel hin. So. Zack, 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 zack. Das sollte erstmal reichen. Und dann hier noch für den Weinberg wieder. Das lassen wir hier so rüber gehen, runter gehen. Zack, 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 zack. Das passt. Die zwei noch weg. Das lassen wir. Und dann mache ich gleich hier hinten auch noch weg. Wir werden garantiert noch weiteres mehr brauchen, wenn du das Spiel mitspielt. Und dann machen wir es hier auch noch weg. So. So, 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 so. Ein bisschen lasse ich mir stehen. So. So. So, ich bin schon erschrocken. Gut, dann würde ich nämlich sagen, machen wir es nämlich anders. Dieses andere Viertel. Dann mache ich hier einen Durchgang. Dann machen wir hier ganz einfach einen Durchgang. Wo sind die Durchgänge? Alter, war es. Noch einmal weg. Und weg. So, dann haben wir jetzt hier einen schönen Durchgang. Da dürfte es dann keine Probleme geben. Dann würde ich vorschlagen, bauen wir hier noch ein bisschen spaßiges Zeug hinten dran. Wo die dann da auch hinkommen. Da ist jetzt nur die Frage, wie. Ah, ich habe ungefähr einen Plan im Kopf. Einen ungefähren Plan im Kopf. Da, 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 da. Zu weit? Warum zu weit? So. Jetzt muss ich bloß schauen, ob das einigermaßen so passt, wie ich mir das vorstellt. Passt. So, dann das Ganze richtig schön groß machen. Ja. Kommt hin. Das kommt hin. Wie groß bist du? Machen wir das hier so dran. So. Stützfall dann draußen. So. Okay, das bettet sich da schon in den Hügel ein. So, okay. So, dann hätten wir den Part. Da, 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 da. So. Und dann lassen wir das Ganze hier ein bisschen weiter gehen. Mit diesen Durchgängen. Das ist nur die Frage, welchen nehmen wir da. Da können wir nicht den nehmen, ne? Ja, das ist, das haut, das haut wieder nicht hin mit dem Hügel. Da wünscht man sich doch jetzt ein Terraforming Tool. Okay, dann lassen wir das so. Okay, dann. Wir lassen das. Und schauen, dass wir hier dann noch zwei mit anbauen. so. Und so. Nee. Nee, nee. So dann doch nicht. Jetzt muss ich mal ein bisschen schieben und drücken. Machen wir es lieber so. Einmal so. Und warum wüssten du jetzt? Weil das eine Haus nicht groß genug ist. Ah. Wie schaut das aus? Schon besser. Ja. Das ist okay. So, dann rasten wir hier wieder ein. und platziert hier ganz einfach dann das so hin. Einmal so. Und Da geht hier noch ganz gerne einen Durchgang. Simplen Durchgang. Haben wir nicht, ne? Doch, haben wir. Haben wir. Sehr schön. Machen wir so. Kommt hoch. Hallo. Machen wir es nicht. Warum mag er jetzt nicht? Was ich hier? Warum habe ich jetzt zwei? Ich kann es nicht mehr machen. Jetzt. Jetzt ging es nicht. So. So. Und dann wieder. Nein. Dann wieder hier. Nein. Hier. Hallo. Was ist denn? Spiel! Was ist denn jetzt schon wieder los? Was? Mal immer ausreagieren. Nicht mehr. Alter. Was ist denn los? Ich lasse das erst mal bauen hier. Ich kann es noch nicht mehr bauen. Ich kann hier nichts zu machen. Was soll das? Was soll das? Wo kommst du jetzt nur hier eigentlich? Geh weg. Okay. Speichert. So. Kann ich... Ich kann hier keine Fenster anklicken. Nichts. Wenn ich irgendwo hinklicke, der klickt nicht. Sag mal, spinne ich jetzt? Da. Ich kann keinen. Okay. Houston, wir haben ein Problem. Ein ganz gewaltiges Problem. Ein sehr, sehr großes Problem. Ich kann hier nichts anklicken. Schauen wir sie in den Himmel. Nö. Geht nicht. Will nicht. Ich bin überfragt. Ich bin komplett überfragt. Ich komme hier in kein Menü rein. Nix. Okay. Funktioniert also auch nicht. Das geht. Das geht. Das geht. Das geht. Aber ansonsten. Ich kann die Kamera bewegen. Alles gut. Aber ich kann nichts anklicken. Gar nichts. Kein Menüpunkt. Nix. Hier unten auch nicht. Ne. Oh, Kinders. Das geht. Bringt mir aber nix. Sag mal. Na, da habt ihr jetzt heute aber mal eine lustige Folge, ne? Da habt ihr jetzt mal eine lustige Folge. Okay, ich mache jetzt an der Stelle mal einen Break. Vielleicht lade ich heute zwei Folgen hoch. Keine Ahnung. Ja, ich probiere jetzt mal ein bisschen was anderes aus. Also gut, Kinders. Wir sehen uns in der nächsten Folge, die vielleicht in ein paar Minuten dann auch online ist. Muss immer mal gucken. Na, auf jeden Fall gibt es dann nochmal ein kurzes Statement. Wenn nichts mehr gehen sollte. Okay. Bis dann. Tschüss. Oh Gott, was für ein Tag. Oh Gott, was für ein Tag.